Guck was den Baber heute wieder gemacht hat. Echt, komm mal hin. Den Luftgeber dich einfach gefotograffiert. Ja, genau. Was macht das für Löwen? Du, wenn du ganz gerade runter rufst, dann rufst du auch mich nicht. Auf jeden Fall. Dann fahrst du uns doch mal zu frei, oder? Dann fahrst du auch immer zu frei, oder? Ich? Geht. Also, ich bin nicht mehr so viel. Bei der Werftlerkampf, Berlin 20, und jetzt will ich letztens mit dem Foto schon mal. Ich hab's hier ganz viel Spaß gemacht, wenn du mal rumgewogen wie aus der einen rauskommen sind, was hätte ich denn meine Kinder gesehen?